Ja Jawohl Nicht auf mich schießen! Ich lade nach! Äh, was mach ich denn? Boah, da sind halt so viele, ich glaub ich geh wieder raus Lade nach! Lade nach! Aber man kann sich doch bestimmt irgendwie ducken, oder? Ja, mit STRG Ja, mit STRG Ja, mit STRG Mit was? STRG Danke Okay, mein Spiel hängt Okay Ich glaub es ist abgestürzt Mhm Wahrscheinlich ist man schweihabler für zwei Leute Hallo? Hm? Ja, gut Ja, also wir haben jetzt zwei Computer Gut Ja, war schön So ne Scheiße Versuch halt mal neu zu starten Ja, komm ich bestimmt wieder rein Wir halten hier so lang die Stellung Ich wollt grad sagen, alles gut Können wir endlich mal das Level schaffen, Marvin Ja Ey, fick dich einfach, ganz ehrlich Ja, endlich mal zwei Bots So, also, laufen weiter, oder? Ja Oh, jetzt bin ich voll ausgestattet hier Wuh! Nein! 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 ola bene! Na, va! Na, da. Nein! Das ist ja ein Festplatte voll. Er rechnet noch. Also vermutlich ja. Ich wollte da rüberspringen von dem Ding bis zur Treppe und dann muss er sich festhalten. Ja. Ich messle mich durch die Gegend. Shotgun ist echt geil. Das ist ja einfach so zu sagen. Das ist ja einfach so zu sagen. Das ist ja einfach so zu sagen. Oh da ist ein ganz dicker. Wo? Hier unten. Au. Das hat den Felsen auf mich geschmissen. Wo ist der genau? Da wo mein Name ist. Ja. Aua. Down? Jetzt ist aber down. Oder? Da. 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 Das ist ja einfach mal Kommen, dass alle mitkommen. Geh du mal voraus, dass die dir nach. Wobei die haben genug Leben. Mein Bildschirm wird schon mal schwarz. Kennst du woanders wo ich bin? Ja. Ich bin hinter euch. Ich hab noch kurz 2-3 Leute gekillt und dann... Ich geh mal wieder zusammen und... Ach komm. Jetzt ist noch ein Schmerz mit dem Marvel 4 Porsche. Da gehts nicht lang Kevin. Ah da, jetzt haben die es auch gekriegt. Ja da kommen wir halt kaum raus. Ja. Ja. Ich glaube Harriens stehen wir ewig rum Ich glaube auch wir müssen uns bewegen Aufpassen Also in den dritten Stock zu kommen Nein! Nein! Ähm Hände dem Harriens Ich lade Hände dem Harriens Nein ich runter Nein bei mir Hände dem Harriens Hände dem Harriens Hände dem Harriens Alter was 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 geht denn hier Nein nein wieso Ich hab ihn doch abgeschossen Ja gut Übernehmer den Charakter der noch ein halbes Leben hat Und völlig umzingelt ist Also falls einer kann Die könnten mir hochhelfen Oh Mann Mavin Äh sorry Ja ich bin hier runter geflucht Und tschüss Ja das war schön Ach man richtig dumm ich bin da runter geflucht Wollt drüber springen Und den runter geflucht Ach der Nick ist wieder am Arsch der Welt So wie komm ich jetzt zu euch Oh Gott Äh Es läuft so oft Mavin hängt da Ja aber das ist gut weil die können mir nix tun Oh ok das ist dämlich das zu tun alles klar Wo ist denn der Nick? Äh der hängt hier mit mir bei der Witch fast neben dir Ach da drüben liegst du Ja ich hab mich hochgekämpft aber es hat nicht so viel gebracht Äh Oh Nick Nein Nick halt durch Nein Nick Ja gut das wars jetzt Ja das wars Ah das war mein Fehler Ich dachte ich Oh nein Ja ok Ja gut Wenigstens liegt es nicht an mir dass wir Steine verlieren Aber wir sind ziemlich weit gekommen Ok dann kennst du mich auch Ich will aber nicht Coach sein Oh mein Egal Mach mal auf Schönen 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 Ach ich muss Steuerung auch noch gedrückt halten ja sonst noch wünsche Oh Gott Oh Gott Oh Gott Warum willst du dich denn auch ducken? Das ducken ist doch hier voll nützlos Doch dann wirst du mich abgeschossen Naja manchmal läufst du aber auf ne äh äh erstens das und zweinens mal höher läufst du auf ne Horde zu die dich noch nicht gesehen hat Schönen Und dann gibt es schon ein bisschen besser Die haben hinter dir schon rein Kann nicht sein dass wir hier bei dem Level verhauen hey Oh das ist doch schon Level 3 ist doch voll weit Geht so Das war Sarkasmus Oh nein da kommt wieder ein Kicker Ah shit Bleib stehen bleib stehen Äh ja Entschuldigung ich musste kurz äh aus der Säule raus Es ist nicht so einfach dann Wenn du dich bewegst dann noch einigermaßen den richtigen zurecht Ja ich musste aus der Säule raus deswegen Achso ok Was ist los jetzt? Ach hier geht es nicht weiter Wir müssen wieder runter hm Ja Carried away Gut Ups �� Ups 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 er rennt von mir weg, der Typ Kevin, der rennt zu dir rennt ihm hinterher oh nein, 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 ah ok gut nein, ein Bomber hat nicht voll gekocht ein Bomber Was ist los? Ich dachte, da wäre was zwischen uns. Ach man. Danke. Du hast natürlich nicht auf mich geschossen. Adrenalinschuss. Hier ist Adrenalin, falls ihr das braucht. Ja, ich nehm. Keine Ahnung, wo das liegt. Du hast schon noch ein Medikid, Marin. Bitte? Ja, hab ich eins. Ich hab ja noch 56 HP. Ich hab noch 1%. Ja, dann kriegst du. Halt, bleib mal stehen. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, ich nehm das von Kevin. Ja, sorry. Mein Fehler. Dankeschön. Okay, lauf mal weiter, oder? Zu viert. Und. Okay, wo? Ich will den weg. Oh, ich war der. Wo? Auf dir. Oh, boah. Wo? Oh, fuck. Jetzt rennen die halt alle dahin, ne? Mhm. Und auch auf euch beide, natürlich. Lade nach. Muss laden. Nun hätte ich bloß das Kip behalten. Entschuldigung. Kevin hört ja noch eins. So, muss die Gebenung durch. Okay, gehen wir hoch, oder? Lade nach. Ja. Lade nach. Lade nach. Hubi randaliert. Total. Über die Tür. Nix zum. So, jetzt warte ich mal, ob der blöde Nick auch hinterherkommt, damit wir den nicht wieder verlieren. Oh, super, Digga. Was? Er ist nicht hinterhergekommen und jetzt kommt da dieser Schwall. Hä? Du bist doch noch draußen. Ich bin doch draußen. Außen. Ja, du musst hier reinkommen. Jaja, ich wollte ja warten, dass da nicht wieder der Coach kommt. Ach, genau. Ich schieße ihn weg, Marvin kommt runtergelaufen, der fällt auf Marvin drauf. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Ja, Waffen. Boom-up update. Super, Coach. Das soll reichen. Das ist immerhin ein Maschinengewehr. Wo ging's denn jetzt hier weiter? Okay, mein Sniper hat kein Licht, das ist ja scheiße. Nein, 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 du musst mir helfen. Danke. Bitte. Ähm, okay, was ist jetzt los? Wir müssen den Alarm ausschalten. Nein, ich wackele irgendwie ganz komisch, weil irgendwer... Der Nick hat auf mich geschossen. Okay, cool. Dupt euch, dupt euch. Nein. Nein. Ja, ich lern's einfach nicht. Ja, aber... Ach, scheiße. Da sterben wir wieder alle. Ja. Weißt du, den größten Schwall durch die kleine Öffnung zu zerschießen ist ein bisschen leichter, wie rauszurennen und mitten im Bike, also im... Ne? Nein, das Problem an der Sache ist, die spawnen da unendlich. Da können wir in einer halben Stunde noch schießen. Na dann. Naja, jetzt ist schon weniger los, Kaff. Seh ich. Sie lebt ja noch. Ne, ihr lebt gar nicht mehr, gell? Ne, ne, wir sind durch. Kann ich ja in der Zeit einen rauchen, wenn du jetzt die nächsten 20 Minuten draufschießt. Ja, ich mein, ich kann mich auch sterben lassen. Ne, ne, mach ruhig weiter. Ah, das bringt ja nix. Wieso? Ja, ihr lebt ja dann nicht mehr. Was ist mit unendlich? Gegner hören an der Stelle nicht aufzusprallen. Ja, aber angenommen, er schafft jetzt die Mission zu beenden, dann... haben wir ja alle was davon. Ich glaub zwar nicht dran, aber... Die Hoffnung stirbt zuletzt. Deswegen immer die Axt behalten. Im Notfall einfach alle umliegen. Oh, das muss doch ein bisschen achten, ne? Scheiße, laufer ist laufer. Komm auch da nicht weg. Und vorbei.